Was? Was? Was ist das für ein Song? Ja, ich würde sagen, es ist wieder Zeit für Friday Night Funken gegen Shaggy. Ja, der Mod existiert schon ein bisschen länger. Ein bisschen sehr lange würde ich sagen. Und ich bin halt noch nicht dazu gekommen bisher, aber heute schauen wir uns den an. Wir können das Ganze mal im Story Mode machen, würde ich mal sagen. Es sieht halt irgendwie echt cool aus. Ah, der erste Song hat... Oh, der Copyright. Okay, dann machen wir lieber erstmal Woche 1 mit Shaggy Cannon, lol. Schwierig heißt grad Cannon. Okay. Das sieht recht cool aus. Hey Leute! Ich suche nach einem Hund, der verloren gegangen ist in diesem Anwesen. Sein Name ist Scooby. Scooby-Doo! Habt ihr ihn gesehen oder so? Das ist eine sehr akkurate Aussage. Das heißt wieder einfach simpel gesagt... Nö. Du möchtest singen? Aber ich hab Scooby noch nicht gefunden. Der ist halt so versessen irgendwie mit dem Singen. Keine Ahnung was... Wie er eigentlich gesagt hat. Im egal. Nur ein paar Lieder. Ich wollte sagen nur ein paar Songs. Dies ist Englisch. So, gegen Shaggy! Was? Was ist das für ein Song? Also bei Woche 2 müssen wir ein bisschen aufpassen wegen... Äh, wir schon. Wegen Lead. Aber egal. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt zur Woche 2 kommen. Wir schauen uns das einfach mal an. Ist es nicht sogar eines der wenigen Mods, der mehrere Wochen hat? Oder irre ich mich grad? Ja, es ist schon wieder eine Weile her mit Friday Night Funkin. Also Kennen ist irgendwie kein hoher Schwierigkeitsgrad irgendwie. Ja, jetzt muss er doch schon ziemlich cool gemacht. Das muss er mit dem Spiel lassen. Also den Mod lassen. Baaai! Okay. Hab ich vorher gesagt, das ist leicht? Ja. Weiß, wenn du irgendwie so... Gehirnblähung grad hast und nicht mehr denkst. Du siehst die Noten nicht. Wow! Oder halt die Noten. Die Pfeile siehst du nicht. Was ging da mit mir ab? Ich hab auf dem Bildschirm geschaut und ich hab den Pfeil nicht gesehen. Wow! Now we're talking. Ich hab zu wenig LG gehabt. So schau's aus. Ich brauch mehr NRG. Du 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 du. Ja, ja, ja. Das Lied ist sehr lang. Loll! Shaggy, warum singst du so lang? Äh, was war das grad? Was war das grad? Wird das Super Sane? Super Shaggy sozusagen? Das Lied ist weg! Hallo Shaggy? Lied weg! Hallo! Weg! Why? Hab es gebackt? Aber ich hab für einen Moment die Kontrolle verloren. Es tut beleid. Ich wollte es dir nicht unfair machen. Das hast du nicht gemacht. Bip boop! Bip boop! Aber wir sollen uns bereit machen. Ich höre nichts. Ich habe dieses Spiel gebackt. Ich hab's Gefühl müssen verli- oh Gott. Wir müssen verlieren. Wir müssen verlieren! Weil schau mal, das ist doch total scheiße! Ich hör's Lied nicht! Ich sehe die Tasten, äh die Pfeile, ich kann mir ne Song irgendwie ausmalen! Aber das- ne. Brrrrrrrrrr! Nein! Brrrrrrrrrr! Äh, hallo! Herzah! Das ist blöd! Der ganze ist so- Oh oh, ich seh es grad. Super Saiyan! Aber ich werde das Spiel immer schnell neu starten. Okay, we're back! Also muss ich noch mal ganz kurz in den Story Mode schauen, welches Song-Lagel wieder war. Also, What's New ist Copyright. Also, dann werden wir mal kurz in den Freeplay gehen. Dann verzichte ich mal ein bisschen auf die Story. Kann ich das... Ich möchte das What's New nicht anschauen. Das wird mich halt... Oh Gott. Ich würd gern Blast, Super Saiyan, God Eater mit euch gerne anschauen. Ja, ich würd gern die drei Songs mit euch anschauen. Ist halt jetzt ohne Story. Warum ist... Was ist die... Achso, ist es am... Achso... Achso... Was? Ich hab halt gedacht, die Buchstaben, die sind einfach nur so... Where are you? Äh, kann ich das Ganze auch auf leicht machen, ohne dass jetzt wieder die Buchstaben auftauchen? 3, 2, 1... Oh Gott, das will... Ähm... Oh Gott! Oh weh. Oh Gott. Okay, I'll probier's, I'll probier's. Oh Gott, das ist ja... Oh Gott, das ist ja erschrecklich! Oh Gott, nein, nein. Nein, das tu ich mir nicht an. Das... Diesen Blast tu ich mir nicht an. Wir machen Super Saiyan und ich ahne, was da jetzt wird. Was das geschehen wird. 2, 1, down. Äh... Die Tasse sind ge... WIE?! Wieso sind sie im Story Mode anders... What? Äh... Warte. Ich geh mal kurz zurück. Ich geh auf den Story Mode. Und... Ach so... Ach... Ja... Ach so! Warte mal... Press P for Drums Cover. So, dann machen wir Woche 2. Drums Cover is active. Aber ich würd gern auf easy machen. Nur zur Sicherheit. Wir wollen ein bisschen mehr sehen. Also wir könnten Gott Eater schon anschauen, wenn wir wollen. So, das ist jetzt Woche 2. Hast du immer noch nicht Scooby gesehen? Nö. Ich hab ihn auch nicht gefunden. Er muss solche Angst haben. Hup. Hä? Schon wieder singen? Ah, wenn wir Scoobys Lieblingssongs singen... Kriegen wir vielleicht seine Aufmerksamkeit? Ja, vielleicht. Wenn er uns... äh, falls er uns hören kann. Okay. Auf geht's. Ah, jetzt... Wieso ist es im Free Play so bescheuert? Weil, dann hab ich... Im Freeplay habe ich 6 Tasten, im Story-Mode habe ich meine ganz normalen 4 Tasten. What the actual fuck? Ja, das ist schon viel angenehmer. Ich verstehe es halt nicht, warum Freeplay schwerer ist im Life-Modus als Story-Mode im Life-Modus. Aber ich habe das Gefühl, God-Eater wird erst freigeschalten, wenn wir ihn auf Hard besiegen. So ähnlich wie Phase 3, war es tricky? Okay, dann musst du ja Phase 3 auf Hard durchspielen oder schaffen, wenn du Phase 4 freischaltest und diese Art von Folter gebe ich mir nicht hin. Nein, da habe ich keine Lust drauf, nein! Aber ich versuche vielleicht zumindest das richtige Super-Sane hinzukriegen. Das wäre ganz entspannend, würde ich sagen. Und die Lieder sind echt lange. Also, ich habe das Gefühl, die anderen Lieder sind kürzer, die mir so gespielt haben. Oh, nein, ich falsch spiele. Das Lied geht echt lang. Also, much longer than expected. Auf einen Moment, wenn ich aufpasst. Oh. Wenn sie die Tasten ver... Naja. Egal. Nein! Okay. Here we go! Konzentration to the max! Okay. Siehst, mit maximaler Konzentration schaffst du auch dieses maximale Lied! Lied 2. Jetzt wird sprachlos. Hä? Verwandelt es sich jetzt was? Ja, er ist ein engster Freund. Wir waren für die letzten 70 Jahre zusammen. Sein Alterungsprozess hat gestoppt, als er 17 war. Er hat es nicht das gleiche zu seinen Freunden, äh, mit seinen Freunden gemacht, weil es halt sehr egoistisch wäre, dass er halt nicht ruhen und so. Aber Scooby hat niemals, äh, seine Entscheidung bereut, wenn es heißt, äh, wenn es halt damit heißt, dass sie in alle Ewigkeiten Seite an Seite sind, sozusagen, ja. Er ist der einzige, den ich noch habe. Bipipap! Ich werde, äh, Geräusche machen. Oh oh. Oh Gott, nein! Das ist wirklich... Oh nein! Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist... Oh Gott, das ist nicht dein Ernst. Oh Gott. Das ist doch alles Scheiße. Oh Gott, das will. I will so failen. Okay, ich tue mich noch relativ gut. Ich komme da ganz komplex an. Ich hoffe, das Lied ist nicht so lang. Ich hoffe, das Lied ist nicht so lang, äh. Das ist eine Katastrophe, äh. Ja. Das ist eine Katastrophe, das Lied. Danach wäre einfach nur Super Saiyan. Wir könnten mal kurz in God Eater reinschauen, weil irgendwie... Ich weiß nicht, was ich da... Ich vermute, er wird sich da verwandeln. Ich möchte mal... Komm, komm. Zum Abschluss kurz mal in God Eater rein. Ich möchte es mal kurz anschauen. Alter, was? Alter, was? Ist das dein Ernst? Holy shit! Oh Gott. Oh weh, warte. Nein, nein, nein. Zehn Fingertaste ist eben trotzdem im Arsch. Ach du Himmel. Oh Junge, wie willst du das schaffen? Shaggy ist ja... Aber... Weißt du, was da fehlt? Es fehlt, äh... Ja, da kann ich nur Canon und Easy machen. Wenn ich jetzt auf Easy gehe... Ich schaffe das nicht. Weil... Die Tasten sind einfach so... Nein! Ich schaff's nicht. Das ist Wahnsinn. Ich probiere es mal ganz kurz auf Screen. Nee, keine Chance. Ich hätte gerne gesehen. Also es gibt bestimmte Transformationen. Nee, ich hab's jetzt nochmal probiert. Keine Chance. Und damit lass ich's jetzt auch gut sein, weil... Es nervt mich so und... Nein, nein, nein. Ich will mich da nicht durchfoltern. Wahrscheinlich gibt's auch nur eine kurze Sequenz, wie er halt... Weißt du, dass er seine Aura und so weiter hatte und so weiter... Wir haben's bei Gott wieder schon ein bisschen gesehen. Aber nö. Es ist... Ein recht... Es ist ein recht geile Mod. Wirklich geil gemacht. Aber... Nee. Wenn es jetzt nur bei den vier Tasten blieben wäre... Dann hätte ich kein Problem mehr bekrappt. Aber so... Ich komm da so... Nee, ich komm durcheinander. Wenn ich sechs Tasten habe, dann drücken, 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 drücken. Ich bin's durch die Hälfte vom Song kommen. Aber nö. Nee. Aber trotzdem recht geil gemacht. Und damit lass ich's auch gut sein. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder.